Hallo und herzlich willkommen hier in der zweiten weiteren Folge bei Kettle&Cops. Ich nehme euch jetzt mit meinen letzten Meter Flügen und dann geht's zurück. Vollgas. Im fünften Gang, geht schon. Ja, die kann man sogar noch sehen, die Spuren, die wir gelassen haben beim Kruppern, das fliegen wir jetzt um. Jo. Es werden durch gerade ein paar Ratschläge von unserem Professor, aber das habe ich noch nicht aufgenommen, das ging hier wegen Wassereintrag und wegen Pilze, das heißt, je weniger Pflanzen auf dem Feld sind, umso weniger können Pilze überleben und wegen Wasser, wegen Auflockern, dass man beim Boden Wasser aufnehmen kann oder oder weniger, das ist irgendwo was gewesen. Was sinnvolles halt, ne? So. Ja, wie wir sehen, ist die Methode doch sehr aufwendig und zeitaufreibend. Zeitaufreibend. Ich hätte nie gedacht, dass Flügen so aufwendig ist. Gut, wir machen sie auch nicht bei uns regelmäßig im LS, ne, sondern allgemein alle paar Jahre. Und hier ist es halt vorgesehen, ne? So, jetzt kommt schon die Meldung. Wir sollen fertig fliegen und dann zum Hof fahren. Genau. So, und dann VR. Das Drehen hält ja auch mal ein bisschen auf. Ansonsten müssen wir in den Kreis fahren, das ist auch blöd, ne? Weil beim GPS geht es meistens dann um hoch und runter, ne? So. Das Felder erstellen können wir nicht. Da steht fest. Sonst würde nämlich hier schön alles breiter werden, ne? Ja, letzten Meter schaffen wir auch noch. Ein, zwei Mal noch und dann ist fertig. Wir haben die Menge geschafft. Wir könnten eigentlich abbrechen, aber wie gesagt, wir machen uns fertig. Und dann ist gut. Ja, zwei Mal noch. Aber die Ernährung machen wir nicht mehr. Ja, da würde man woanders hin, ne? Hat einen Kopf für sich, der unser GPS-Fahrer. So. Ja, der Gegner da oben wegen Flügen und verschiedene Geräte gibt. Und dass man da eigentlich schon einen hohen PS-Zahl haben muss. Und wahrscheinlich auch Breitreifen und Wandlaufwerke. Aber das ist so ein kleiner Nebenwerksbauer, was wir nicht sein sollen. Das werden wir uns nicht leisten können, ne? Die ist mit dem Wenden schon schlecht. Ich möchte ja eigentlich nicht auf dem Feld rauf fahren. Weil das immer zu sehen ist, ne? Beziehungsweise, ja, das wirkt sich negativ aus, ne? Normalerweise für eine Trage am nächsten Mal. Die Bäume sind jetzt ungünstig. Die sind ja nicht im Fahrzeug. So. Runter mit einem Teil. Da brauchen wir das. Können wir jetzt Normalgas geben, ne? So. Wir sind fertig. Äh. Aufrichten. Mit X Transportstellung. Und mit N Richtung Hof. Durch den Schild durch. Wir steigen ein, ne? Ja, hier ist die Biogossanlage. Ob wir die betreiben dürfen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal schauen. Geht mal kaufen, ne? Ja, da machen wir auch mit Gras und Silage und mit, ja, Mais, ne? Ob das Gewinn dringend ist? Hier ist ja reelle Preise, in Anführungszeichen. Gut, ich habe auch Mittel eingestellt. Die auch so lassen. Sonst denken wir zu schwer. Oh, was meint ihr? Wie soll ich einstellen? Wenn einer das mal reinschreiben würde, das würde ich auch schwer machen. Das würde ein Risiko über Pleite gehen, ne? Kann passieren, ne? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Bis zum endgültigen Start, ne? Bei unserer Karriere. Diese Mission dauert garantiert noch eine Weile. Wir haben ja jetzt gerade mal angefangen, mehr oder weniger. Und den Hochrechner haben wir jetzt geschafft. Also wenn die Folge jetzt fertig ist, knapp eine Stunde. Nicht ganz. Bisschen weniger sogar. Das soll ja ungefähr zwei Stunden dauern. Minimum zwei Stunden. Also geht ja von bis, ne? Also bis zweieinhalb soll es dauern können. Klar, wenn ich nicht alles geschlügt hätte, wäre vielleicht früher fertig geworden. Die Gruppe genau das gleiche. Das hat mir auch gar nicht aufgefallen. Weil dann hätten wir halt so eine umgegubbert, ne? So, und Ruf Anne kommt. Mal sehen, wie es kommt. So. Junge. Junge. Einiges eingeschaltet. Thermomat, ne? Genau. Genau. Ich habe es auch nicht ausgemacht. Gut. 500,000 believed. Das geht auch nicht. Jaja. Nee, nein, nein, nein. Wir gehen. so schön das so hier junge das wäre ein kampf gut dann haben sie ausgemacht sind hier stellen wir mal hier ins kreis gehen dann ist es zu ende nach dem fliegen ist vor der aussage muss der boden noch nach dem fliegen und vor der aussage muss der boden noch rückverfestigt werden das geschieht auch mit dem sehn und vorab mit ecken oder walzen um der neuen frucht ein möglichst gerades und gleichen gesatz zu bereiten weiter irgendwas eingestellt beim traktor der weiterfahren wollte der fährt sogar weiter so nach der aussage wechselt neue teile super dank der guten verarbeitung durch die bodenbearbeitung wenig flammschutz ist nötig vor allem durch das fliegen gedrückt wurde land für die organischen verfügung haben zum beispiel gülle oder gärreste bringen dann als erstes gabel im bwch stadium 21 getreide bestände aus weiter es gibt in deutschland dinge die du als land für unbedingt beachten zu einzuhalten hast zum beispiel das darf kein stichstoff oder es darf kein stichstoff und phosphorhaltiger dünger nicht auf auf nicht aufnahmen füllen böden ausgebracht werden wie zum beispiel wenn der boden gefroren zum beispiel ein boden gefroren oder der stand ist nach der ernte der hauptfurt bis zum 1. februar darfst du kein düngemittel mit des wesentlichen gehalt an stichstoff auf ackerflächen aufbringen weil grünland dauer grüner und mehrjährigen furchtfeld futter furcht nicht gefällt vor der bau darfst du vom 1. bis 50 jahre kein dünger ausbringen besonders die trat belasteten gebieten geltende schärfte auflagen jede düngegabe muss spätestens zwei tage nach der ausbringung dokumentiert werden zu gewässern muss besonders abstand erhalten werden das weiteren darf auf bewachsenen flächen die gülle nur noch bodennah ausgebracht werden das bekommst du zum beispiel mit einem stetschlauch gestänge hin nach den gesetzlichen vorgaben hat die streifenweise ausbringung mit dem stetschlauch gestänge nach weitere vorteile es riecht draußen nicht mehr so stark der dünger wird direkt an den platzen aufgepackt und schon diese dabei auch nach ok der deutschsteck fest oder flug ist weg hänge den gülle fasst und ach bestimmt die end ja das war's gewesen die endtaste war gedrückt und das wurde im prinzip weiterfahren so habe ja viel xt erhalten jetzt nebenbei noch so wir haben regen hänge gülle fasst und stetschlauch dann los nehmen wir an da fahren wir hin also hier die vielen vorschriften das ist jetzt ein bisschen blöd kann ich gar nicht behalten wenn man kein landwirt geschweige berufsmäßig ne dann brauchst du den schulgang also eine schule machen das fällt ja auch so ja da kann man die geräte sehen die drin sind die dunkelroten pfeiler würde ich meinen so wie farmas und händler kann man automatisch fahren so ein sauberter also ob hier im winter auch schnee fallen würde ist alles nass das gibt sauberei große sauberei das wird eine schlammschlacht würde ich eher feldarbeiten jetzt nicht machen wollen vom logischen her also ich weiß von mir zu hause da gibt schwere lebensböden da jetzt keine chance absaufen so haben wir auch licht wir machen licht ja gibt gas junge wir haben es eilig das dauert einen see oder im fluss muss ein see sein ja alles im grünen bereich super das ist gülle fast schon so n aus und fahren selber am hoff da sollen wir hin und normaler aus an sich langsam so so Schleppschlauch Achso, da Wollte sagen, irgendwann war noch So ein sauberer hier Muss aber wieder kämpfen, da rechne Wie bitte Ob der hier auch eine Vierfachkarte meistern kann Von der Grafik her Ich weiß es nicht Wie brauchst du Fahrkünste? Speaking herbe Ein Stückchen zu weit nach rechts Junge, Junge, ich bin so schreckhaft Ich muss den Krach machen hier Wahnsinn Bevor die GRFs aufbringt, musst du das Fast vorerst an der Biokassanlage aufhören Okay Die Biokassanlage Kommen wir hin Dann können wir die Fahrräder mal aufräumen Wir fahren zur Biokassanlage Keine Autos So ein sauberer hier Wir fahren zur Biokassanlage Scheibenhörder geht nicht Das klart ihr mal so fest, ne? Das haben sie noch nicht geschafft Wahrscheinlich ist das schwierig Oh, lieb schon, Leute Das soll es auch schon für heute gewesen sein Schönen Dank fürs Reinschauen Morgen geht es weiter Wenn wir das fast auffüllen Bei der Biokassanlage, ne? Tschüss Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen Bei der Biokassanlage Wie geht es weiter